Okay, da sind wir wieder und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Czerno. Ja, ich bin aber noch hier im Schreckmoment. Fahrradcrash und so. Ich muss, am besten, ich wäre mit Stützrädern gefahren. Ich glaube, das hätte mir ein bisschen besser getan. Ich glaube, ich habe einen Platten. Ja, den Steigerplan. Hat das Ding überhaupt irgendwie Luftdruck oder sowas? Nee, nur Reifen. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, kann man für Fahrräder auch die Autoreifen benutzen? Ich glaube, da hinten sehe ich schon Czerno. Ja, da hinten ist auch schon Czerno. Wo seid denn hier? Na, wir laufen hier noch am Meer lang. Boah, scheiße, ich habe euch verloren. Wir sind, Reinhold, wir sind jetzt gleich bei deinem grünen Häuschen, von dem ich ja letztes Mal erzählt hatte. Boah, aber man. Darum wir uns treffen wollten. Seid ihr aber weit weg schon. Ja, du bist hier der Raser, wa? Und wir müssen unbedingt zum Supermarkt, also Essen und Trinken brauchen wir auch noch. Ja, auf jeden Fall. Wer von euch läuft hier so Schlange? Keiner von uns beiden. Wir beide laufen nebeneinander. Äh, Reinhold? Fahr ihn um. Na, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das geht mit dem Fahrrad. Ja, ja. Echt? Ich sehe euch, ich sehe euch. Bleibt stehen, bleibt stehen, bleibt stehen. Warum? Nein. Ich lauf zu dem Hoster. Da ist aber nichts. Also ich glaube, man kommt da nicht rein. Nee. Zumindest war ich so blöd, kam vorhin nicht rein. Ja, stimmt. Genau, hier war ich schon mal. Ja, hier kommt man nicht rein. Hier war ich jetzt schon zum siebten, oder so. Immer wieder hin und her laufen. Boah, seid die Fies. Ihr bleibt mich mal stehen und wartet auch nicht. Ja, wo bist denn du? Gleich hinter euch. Hinter uns? Ist nur das geschafft. Bist du im Kreis gefahren, ey, mal? Irgendwie Angst, dass du mich überfährst. Mein Fahrrad hat ja keine Luft mehr. Wo ist denn hier die Hauptstraße? Äh, ist gleich da. Die ist, äh, hinterm Berg. Wo seid denn ihr? Immer noch am Wasser. Also fast. Jetzt bleiben wir kurz mal stehen, warten wir mal. Da, ich sehe auf. Achso, du. Ja, dahinten läuft er, dahinten. Wie du läufst, das hier. Spass machst du. Spass, spass, spass machst du aus. Das sieht ja richtig geil aus. Du hast jetzt, du hast jetzt... Ähm, äh, hast du zwei Magazine reinholt, oder hast du bloß eins? Ich hab jetzt zwei. Echt? Dann kannst du beides nehmen. Dann würde ich mal gerne wissen, hier, äh, werte Zuschauer, was ist denn der Unterschied zwischen Pellets and Rounds? Wahrscheinlich einfach nur in andere Munitionen, dass es halt mehrere für eine Waffe gibt. Gibt's ja in echt auch, dann kannst du ja auch irgendwie eine andere Waffe noch machen. Ich glaube, bevor es in der Stadt anfängt zu blinken, ich trinke mal eben was. Oh, bei mir trinken, bei mir blinkt das Trinken. Ja, bei mir, nee, doch nicht. Bei mir trinkst du nur eine Waffe. Oh, oh, hab ich eben einen Zombie gehört? Wo denn? Wo denn? Da hinten. Wo? Ich halt hinschaue. Im Busch, im Busch drinnen. Aber der läuft nicht. Nee, nee, der hat uns eben gehabt, hat uns aber wieder verloren. Dann laufen wir mal lieber schnell. Wo ist denn? Cerno? Wie siehst du? Da hinten. Siehst du den Kran noch nicht? Den Kran? Ach da! Ach so! Ich muss was trinken, Leute. Hast du nicht was? Dann trink doch! Ich halte mal ein bisschen Ausschau. Also der Zombie hat uns verloren, glaube ich mal. Gut, mein Trinken ist jetzt wieder grün. Also ich würde sagen, wir gehen erst, wir klappern nicht ganz Cerno ab. Das ist mir irgendwie zu riskant, weil... Na, obwohl... Einfach schnell durch und die wichtigsten Teile... Weil die Hauptstraße da rechts mit den vielen Gebäuden, da ist auch irgendwie sowas wie ein Hospital oder sowas. Also auf jeden Fall ist das ein Kreuz. Ja, ein Krankenhaus wäre eigentlich wirklich sinnvoll. Weil das war... Ich meine, wir haben noch alles, oder? Habe ich meine EpiPens noch? Meine Morphine und so? Ich habe, ähm... Moment, ich schaue mal kurz nach, was ich noch alles dabei habe. Ja, Morph... Also ich habe noch EpiPen, Morphine und zwei Bandagen und einen Bloodpack. Ja, Bandagen habe ich auch genug, EpiPen haben wir auch. Bloodpacks, Bloodpacks wären immer gut, dass wir vielleicht so mindestens so drei, vier mitnehmen. Ja. Kann ich dann einpacken. Übrigens, da vorne am grünen Haus, ähm, sind öfters mal Gegner. Sind dembei erwähnt. Zombies, oder was? Ja, ja, Zombies. Und vorhin war da ein Spieler, der weggelaufen ist, aber... Hm, ich habe ein bisschen Schiss, dass wir da zu dritt reingehen. Also irgendwie wäre mir fast lieber, wenn einer draußen bleibt. Wieso? Na, weil wir sonst vielleicht alle auf einmal draufgehen. Und da habe ich ein bisschen Schiss, so wie das letzte Mal. Naja, nee, komm. Nee, das machen wir gemeinsam. Entweder alle oder keiner. Glotzt am besten ab und zu mal in die Luft. Genau, vorgehen. Ja, vorgehen ist gut. Ja, genau, das machen wir mal. Aber eigentlich wäre besser, wenn Reinhold vorgeht, weil du weißt gar nicht, wohin. Ja, das stimmt. Na, obwohl eigentlich ist es bloß Hauptstraße folgen und dann irgendwann rechts müssten so... Ich glaube, das sind so Wohnblocks. Und da liegen... Ich hoffe, da kriegen wir alle... Also, dass ihr bitte wenigstens... Also, dass Mike nur eine ordentliche Waffe kriegt. Ich will eine Handfeierwaffe und das war vielleicht jeder noch eine Handfeierwaffe, obwohl das wäre ein bisschen viel schon. Naja, schauen wir mal. Sehen wir ja. Ach ja, meine Humanity ist übrigens im Plus-Bereich. Ist ja erstaunlich. Wie Plus-Bereich? Na, weil ich habe gesehen, irgendwie bei einem anderen Let's Play da war es, als die neu gesponsert, bei Minus... Bei Minus 7000 oder so. Bei mir ist 3000. Ja, bei... Achso, na gut, bei mir ist 1022. Bei mir sind es 2500. Okay, wir sind alle sehr human. Wusstest du es doch? Weil es Zombies. Ich komme mir wirklich gerade voll allein gelassen vor. Aber ihr müsst weiter nach der Küste gehen. Hier sind zu viele Zombies im Dorf drin. Ich habe eh keinen Bock zu crouchen. Also, ich weiß ja, ob man ein bisschen vorsichtig sein soll und so. Ist ja klar, aber... Ähm, ich meine... Meistens im Liegen ist man sogar... Da werde ich genauso oft gesehen. Und dann ist man noch mehr am Arsch, weil dann riskiert man wirklich, dass man bewusstlos geschlagen wird oder so. Und dann braucht man so lange, um aufzustehen. Und da ist mir lieber, ich renne ein bisschen. Ähm, da kann ich auch von Spielern schlechter anvisiert werden. Und dann, äh, gucke ich, dass ich die Zombies irgendwie in einem Gebäude abhänge. Der Zombie hat uns. Echt? Ja, ich glaube, der hat mich. Ne, einen von euch hat der. Ach, ist klar. Wir laufen weiter. Hier hinten. Eigentlich, der ist langsam... Oder? Ich glaube, der ist... Ich weiß gar nicht. Der ist so langsamer als hier. Oh, oh! Ey, was ist denn? Da kommt nur noch gleich drei, juhu. Ja, da kommt noch einer. Neben dir. Also, wir haben ja jetzt schon das ganze Dorf hochgeladen. Ja, vier. Ja, okay. Na ja, Schuss, Schuss habe ich genug. Ich glaube, ich habe jetzt auch 6, 7 Magazine. Ja, dann würde ich sagen, rennen wir zu den Wohnblocks. Und dann sind die Zombies da drin langsam. Und dann knall ich die ab. Ich weiß gar nicht. Du hast ja eigentlich Schrot rein. Und das heißt, eigentlich müsstest du damit ja auch mehrere töten können, oder? Also, treffen können. Ne, die Waffe macht nur einen Schuss. Und also, die, ähm, zerspringt nicht die Munition. Achso. Das kommt mir zumindest so vor. Also, wenn sie hintereinander sind, dann kannst du beitreffen mit Glück. Okay, also jetzt in großen Städten, oder hier in Tschern, oder da sinken meine Frames wieder leicht ab. Dann tut mir natürlich leid, aber... Sonst läuft der Server eigentlich recht. Ähm, soll ich vorlaufen? Ja, naja, lauf mal. Führt mich einfach mal lang, wo ich lang muss. Kommt, komm hier. Ich überlege gerade, ob das hier die Hauptstraße... Ne, kann es nicht sein. Lauf mal da vorne erstmal nach rechts. Weiter Ende schon rein. Oh, 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 Achtung. Nicht, dass er... Manövriert die geschickt aus. Sogar nicht die Hauptstraße. Es ist... Ne, ne, wir sind hier... Ah, das ist richtig. Achso, okay. Ja, 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 das war der Bahnübergang, genau. Das... Hier rein. Ja, ne? Oh, 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 oh. Ich muss hier rein, sonst hab ich so einen Grafikpack. Oh, wir haben einen... Ah, warte. Oh, das ist scheiße, wenn ihr vorlauft. Jetzt... Weil mir jetzt... Weil dann immer genau die Zombies einbiegen und dann genau vor mir stehen. Warte mal, ich versuche euch mal irgendwie... Ich sehe gar nichts mehr. Ich hab hier so einen schönen Grafikpack. Ach, du scheiße. Ja, und zwar mein halber Monitor ist schwarz. Ach, du scheiße. Ich muss... Ich muss einfach mal gerade... Ja, also ich erkenne halb noch. Die rechte Hälfte ist schwarz bei mir. Warum sind wir jetzt hier lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Ich laufe hier irgendwo hin. Na, ist das Fall? Ich hab ja gesagt Hauptstraße. Obwohl es dann... Ja, das soll ich hier gleich. Oh Gott, jetzt ist alles weiß. Alles. Jetzt hab ich aber den... Jetzt hab ich die Orientierung verloren. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo wir sind. Ich glaube, ich bin gleich auch an der Hauptstraße. Wo sieht's aus? Oh, 17 Frames. Oh Gott, ich kann nicht nach Cerno laufen. Renn da rein, renn da rein, renn da rein. Hier rein? Hoch? Ja. Okay, ich bin oben. Geh weg, geh weg, geh weg. Also hier liegt ein Pfeil. Können wir gleich kommen? Schau ich mal nach, ob ich hier irgendwas... Ähm, hier liegt viel Munition. Und zwar rote Kugeln. Ich glaube, für Shotgun ist das. So, also die Verfolger hätte ich jetzt erstmal, glaube ich. Hier wäre die Enfield-Magazin und Helots und Schlag. Hier ist eine Empty Water-Bottle. Nimm mal die in der Mitte. Oh, ich glaube, da kommt Zombies hoch. Die werden zweimal muni... Soll ich mich hinstellen mit einer Axt, oder? Oh ja, da kommen Zombies. Soll ich mich hinstellen? Na, ich sehe gerade nichts. Macht ihr mal bitte. Sonst... Wir hatten... Wir hatten Dämmig erreicht. Mein Bildschirm wurde weiß. Wir hatten... Reinhold! Hast du eben zweimal geschossen? Reinhold, du musst Spaß mit der Munition umgehen. Ich hab da gesagt, ich mach das. Hier liegen genug. Ja, hier liegen drei Magazine für die Waffe. Ja, passt jetzt jemand auf, oder? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nur schwarz. Oh, wie viele da kommen. Oha. Ich wollte getroffen, fand ich kein Problem. Ohne, so lang ist leicht. Ja, wir haben ganz schnell aufgeweckt, ich sag's. Ja. Ich hab auch das Gefühl. Also, es kommen noch mehr. Mist. Ich kann wirklich nur in die andere Richtung. Ja, also... Ich sehe weiße Punkte ohne Ende unten im Haus. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Wir sind tot. Wer schießt denn hier? Ich. Das ist ja schließlich auch irgendwie wer. Ja, komm mal her. Das sind so viele, das sind so viele, das sind so viele. Ja, komm rein, Fabi. Das ist sicherer. Ich glaube, wir müssen hier... Wir können hier... Wir überleben nicht. Oh. Hä? Wieso kommt jetzt schon ein Militär, Heini? Ja, weiß ich auch nicht. Freil ich mich auch. Boah, die backen hier durch. Ich merk schon. Ich werd eingegreifen. Ich glaub, ich blute. Ich blute. Tatsächlich. Scheiße, muss ich bandagieren. Ja, also ich... Du bist tot. Du bist tot. Wir sind das hier. Du bist tot. Hilfe. Hilfe, ich komm schnell hier raus. Renn. Renn. Nein. Du bist dann... Du bist tot. Nachladen. 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 Komm. Lass mich raus. Du scheiße, was geht ab? Wie viele da sind? Scheiße, jetzt haben wir richtig Kacke gebaut. Ach, du Kacke. Jetzt haben wir mies Kacke gebaut, Alter. Lass mich raus. Ich, 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 ich disconnecte. Ich disconnecte, ja. Ich will jetzt echt nicht sterben. Disconnecte. Mike, bist du tot? Ne, ne, ich leb noch. Disconnecte. Okay. Äh, äh, disconnect. Huh. What the fuck? Ähm, ja, kurzer Schnitt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, das war jetzt eine wirklich ziemlich feige Taktik von uns, aber... Äh, ich will doch nicht sterben. Und das waren einfach viel zu viele. Also wir wären definitiv gestorben. Ich meine, ich hätte das noch ein bisschen hinauszögern können, aber das waren so viele. Ich hab da geguckt, dass was da hochkam, das war ja unmenschlich. Reinhold, hier wäre auch noch ein Magazin. Ich weiß, lad mal nach, dann hast du aber bloß zwei Schüsse immer, oder? Ich glaube, das sind nur zwei Schüsse, ja. Hier hinten wäre... Was wäre denn das hier noch? Ich würde mal... 45 ACP... Für einen Revolver hätte ich hier einmal. Soll ich mitnehmen, oder? Für einen Revolver? Ach so. Ja. Vorsichtshalber. Falls wir mal was finden, Leute. Also ich hab noch ein bisschen was für Makarov hab ich noch bei... Ja. Hier ist auch noch mal so ein... Äh, so ne... Nicht nur für Shotgun, dieses... Zwei... Ja, Reinhold, an Shotgun nimm mal möglichst viel mit, Reinhold, ne? Reinhold? Das sind wahrscheinlich einfach nur zwei Schüsse. Bei mir... Das Problem ist, bei mir sehe ich keine Namen von den... Objekten. Musst du mal in den, äh... Ego-Modus wechseln. Ich geh mal zum Eingang, guck mal, dass da nicht irgendwie... Lass mich mal durch. Ja, ich... Ich folg dir am... Ja. Ich halt mal ein bisschen aus dem Fenster, wenn ich's ausschauen, ob da dann was kommt. Und dann heißt es... ...viele weiße Punkte an der Seite. Ja, was ist denn? Ich will nicht durch Dings crouchen. Wir werden auf jeden Fall Zombies wieder auf uns setzen. Diesmal nicht so viel. Also wir brauchen eigentlich Gebäude mit zwei Ausgängen, weil sowas ist ja echt hier... Das ist ja eine Todesfalle, ey. Ja, hat man ja eben schön gesehen. Also auf der Straße sind zur Zeit keine Zombies, so wie es aussieht. Reinhold, kriegst du's hin? Warte. Also bei mir geht das... Bei mir... Bei mir sehe ich keinen Namen. Bei mir geht das total simpel. Soll ich dir einfach mal einpacken und dir geben? Jo. Alles, was so... Shotgun-mäßig ist. Genau. Einpacken. Äh, Moment, hier hinten. Komm mal zu mir hin. Weil ich keinen Namen sehe. Ja. Warte kurz. Also ich würde sagen, äh, Hospital, Häuser, Supermarkt, raus. Oh, guten Tag. Wohl, ey. Ja, und äh... Mh... Äh... Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr verzeiht uns das, dass wir wirklich in Notsituationen disconnecten. Ich weiß, das... Das sollte, glaube ich, auch noch gefixt werden oder... Also mit... Ja, also ich denke mal, dass das noch gefixt wird. Das soll ich im Inventar haben, Reinhold. Also, im Roten... Aber... Da so zu sterben, ne? Also ich meint... Bei Spielern, okay. Also wenn, wenn, wenn wirklich ein Spieler da ist, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, dann... Naja. Na, müssen wir mal schauen. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht zu übel. Und ich meinte, das ist ja auch langweiliger für euch, ne? Ich meinte, wieder von vorne anfangen, das ist ja auch doof. Ja. So, und die Endfield haben wir gesehen. Also, ich hätte zu schießen, das weckt die ganze Stadt auf. Das ist wirklich... Also, ich schieße jetzt bloß noch mit der Lee Endfield, wenn es wirklich ein Notfall ist. Ansonsten musst du jetzt mit der Axt... Achso. Äh, Reinhold, wirst du lieber auch mit Axt, oder? Ne, bleib mal... Ne, ist besser, glaube ich mit. Hm, ich kann irgendwie nicht nachladen. Drück mal F. Versuch's mal dann. Achso, und dann, äh, muss man versuchen... Was machst denn du gerade? Kombinieren. Achso. Ach, dann kannst du die... Ah, okay. So. Kombiniert to eight rounds. Ah, das ist cool. Also, soll ich... Soll ich noch welche geben? Jo, wäre nicht schlecht. Komm mal bitte... Reinhold, bitte, also du müsstest mit deinem eigentlich mit einem, äh, einem Schuss einen Zombie töten, ne? Habe ich gerade versucht, ging nicht. Was, doch! Du musst den Oberkörper bis den Kopf ziehen, sonst würde das nichts. Komm mal, in der Form... Und du drückst schon vorher... Du drückst schon vorher einmal rechte Maustaste, ja? Zum Anvisieren. Äh, Moment, ich muss jetzt mal die Motion einsammeln. Und, äh, ja, das lag gerade wirklich so. Das ist, äh... Wenn ich mich bewege, wenn ich hier gerade so stehe, dann... Na gut, doch nicht. Ja, doch, jetzt habe ich zum Beispiel 40, jetzt wieder 25 Frames. Das ist halt die Stadt und das hier so viel... Sich aufbaut und Zombies und so. So, einmal das, ja, mit und dann... Gebe ich das trotzdem mal schon mal. Also, äh, die beste Therapie gegen Müdigkeit ist definitiv DayZ. Ich war vorher so stinkemüde und... Jetzt, kaum bin ich in DayZ, ist mein Puls wieder. Das ist Wahnsinn. Kann, kannst aber auch, äh... Hast du schon aufgenommen, Reinhold? Jo. Okay. Äh, äh... Zu empfehlenswert ist aber auch Dead Island. Ist hier genauso was von. Achso, okay. So, wie lange braucht ihr noch? Äh, ich bin... Ich habe mir alles gegeben. So, bei mir guckt der jetzt gerade so, als ob er irgendwie... Oh, guck mal, die Zombies... Die Zombies heiraten. Nee, ist schon wieder vorbei. Oh, komm, dass die Glocken... Dass die Glocken trotzdem läuten, ne? Und wir bräuchten noch einen besten Rucksack... Rucksack für euch beide eigentlich. Und pass auf, dass du nicht zufällig zuschlägst. Ich schlage schon nicht zu. Ich habe meine Maus gar nicht in der Hand. Achso. Ich fasse immer schon auf, so ein bisschen. Oder halt, äh... Mach es fast ganz unten an, dass ich die Trassen nicht... Äh, nicht drin bin. Wir müssten langsam los, weil... Wir verbrauchen hier unnötig trinken und... Äh, essen und so. Ja. Ja, geht vor. Oder soll ich vorgehen? Ich fah� nicht...